Servus, ich bin der Olli von der Handelsverdienung HAG und heute möchte ich euch das Gas- und Druckwasserdichte Gebäudeeinführungsset Cabo Feche von der Firma Fränkischen Rohrwerke vorstellen. Das Cabo Feche-Set gibt es in vier verschiedenen Variationen, einmal das 75er Rohr, einmal als 110er Rohr und in den Rohrlängen 6 und 10 Meter. Das Cabo Feche-Set besteht aus folgenden Komponenten. Einmal aus dem Kabelschutzrohr Cabo Flex R Plus Typ 750. Aus dem dazugehörigen Mauerkragen. Der Mauerkragen wird Bausalz in die Bodenplatte eingegossen. Aus der Innendichtung Cabo In für Kabel von 9 bis 24 Millimeter oder bei der 110er Variante von 9 bis 48 Millimeter. Die Cabo In lässt sich ganz einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Die Cabo In gibt es auch für zwei oder mehr Kabeleinführungen. Und aus der sanddichten Endkabel SD. Das System mit seinen Komponenten ist DBE geprüft und somit geeignet für die Verlegung gemäß der DAB 2019. Das Cabo Feche-Set ist eine einsparte Hauseinführung, wie gemacht für Wohnhäuser ohne Keller. Aber auch für Häuser mit Keller haben wir mit der Cabo Seel die passende Lösung. Alle Komponenten aus dem System findet ihr auf unserer Homepage unter www.hack-elektro.de oder unter www.fränkischee.com Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite. Kein Video verpassen, einfach unseren Kanal abonnieren. Servus, bis bald, euer Olli. Bis bald, euer Olli.